Der skeptische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 297. Mal bei Hoax Hiller, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir remote zugeschaltet, die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück, diesmal mehr oder weniger, der wunderbare Alexander Hoax-Master. Und wir haben heute den 6. Juni, wo wir das aufnehmen und es ist die zweite Mai-Folge. Ja, Hoax Hiller-Fans wissen, worum es geht. Aber wir wollen jetzt gar nicht mehr über unsere Terminschwierigkeiten sprechen und technische Schwierigkeiten, sondern weitermachen. Und Alexa hat wieder eine Geschichte vorbereitet und da hören wir doch alle gebannt mal zu. Ich kenne sie übrigens auch nicht, wirklich heute nicht und bin mal sehr gespannt, ob sie denn stimmen könnte oder nicht. Die Story der Woche Dieses Mal geht es in der Story um Snakes on a Plane. Also nicht um den Film, sondern um eine völlig seriöse Quelle, ein TikTok-Video, in dem tatsächlich eine Schlange in einem Flugzeug zu sehen ist. In einem Flug, der gerade irgendwie unterwegs ist in Malaysia und man sieht in einer Lampe, also in so einem Oberlicht, den Schatten einer Schlange, die sich da bewegt. Also ich habe normalerweise kein Problem mit dem Fliegen, mal abgesehen davon, dass es jetzt umwelttechnisch nicht so toll ist. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre gerade, weiß ich nicht, irgendwie im Urlaub, im Flugzeug unterwegs und würde hochgucken und dann auf einmal eine Schlange sehen, während der Pilot irgendwelche Durchsagen macht. Da würde mir wirklich heiß und kalt werden und so muss es einigen Leuten an Bord dieses Fluges tatsächlich gegangen sein, der dann natürlich umgeleitet wurde und die Leute mussten beruhigt werden und dann musste das alles irgendwie wieder in Ordnung gebracht werden. Wenn die Geschichte, also wenn dieses super seriöse TikTok-Video, das wir euch auch verlinken können, stimmt, dann, ja, wollen wir mal gucken am Ende. Ich habe da so eine Arbeitshypothese, aber ich lasse mich mal Das würde mich mal interessieren. Überraschend, ich möchte das jetzt dafür alle anderen nicht spoilern und dann bin ich mal auf die Auflösung am Ende der Sendung gespannt. Thema der Woche Ja Alexa, am Thema der heutigen Sendung bist du eigentlich schuld. Den hast du angeschaut. Mal wieder. Ich kannte den nicht. Ja, und das Interessante ist, ich habe mir das Thema ausgesucht, weil ich unheimliche Geschichten so mag, wie viele Hörende es wissen werden aus der Geschichte von Hoaxzilla. Das sind immer so meine Themen. Also ich mag halt alles, was so mit Creepypasta zu tun hat, mit Sachen wie dem Slenderman und Chupacabra und so weiter. Das ist so mein Ding. Und deswegen dachte ich, wir müssen unbedingt über den Fresno Nightcrawler sprechen. Little did I know. Ja, das war ganz interessant. Und wir haben ja über einige Kryptiden ja schon gesprochen und haben die uns angeschaut. Also beim Slenderman war es ja sehr, sehr eindeutig, weil man ja interessanterweise bei dieser Figur genau nachzeichnen kann, wo er entstanden ist. Und das geht verloren. Das ist ja das Hochinteressante beim Slenderman. Und beim Fresno Nightcrawler kann man im Grunde genommen auch die Entstehungsgeschichte erstmal nachzeichnen ohne jedes Problem. Wir wissen aber unterm Strich, wenn wir ehrlich sind, nicht was es ist und was es sich genau handelt beim Fresno Nightcrawler. Es gibt natürlich so einige Hypothesen zu dem Thema, was es denn sein könnte. Und vielleicht sollten wir zunächst mal zu Beginn beschreiben, worum es denn eigentlich genau geht. Ja, also ich kann nicht mehr genau die Quelle benennen, aber irgendwer hat dieses Wesen, dieses Viech, dieses was auch immer da in ein paar YouTube-Videos zu sehen ist, als Creepypans from Outer Space bezeichnet. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also was man auf diesen wenigen Videos, die es gibt, sehen kann, sind weiße, sich irgendwie fortbewegende Hosen-ähnliche Dinge, die halt so voranstarksten und im Prinzip kaum oder gar keinen Oberkörper haben. Ja, und auf völlig verwischten, griseligen Aufnahmen in der Nacht irgendwo langlaufen. Meistens sogar zu zweit. Also das ist ein bisschen wie bei Star Wars. Also so ein größeres Wesen oder ein kleineres Wesen, die dann irgendwo langlaufen und man erkennt aber eigentlich nicht viel. Und wenn man dann sich Zeichnungen anguckt, dann sind da ganz oft auch noch Augen hinzugefügt worden, weil man sich denkt, ja, Augen müssen die eigentlich auch irgendwie haben, die Viecher. Und die werden dann meistens dazu erfunden auf den Originalaufnahmen. Also in Anführungsstrichen Originalaufnahmen kann man die halt nicht sehen. Da erkennt man sowieso nicht viel. Genau. Also das Episodenbild könnt ihr euch ja gerne bei hoaxula.com auf der Homepage dann nochmal anschauen. Da habt ihr eben genau eins dieser Originalfotos aus dem Video. Und wir können auch nochmal beschreiben, wie es denn überhaupt auch zu diesem Video gekommen ist. Also wir schreiben den 5. November des Jahres 2007. Und da gab es einen Mann namens Jose, mehr wissen wir auch von ihm gar nicht, der in der Stadt Fresno südöstlich von San Francisco in Kalifornien gewohnt hat. Und der hat eine gebrauchte Überwachungskamera bei sich so unterm Dach angebracht, die seinen Vorgarten filmen sollte des Nächten. Die hat dann auch so eine dieser klassischen Night Vision Funktionen, wo es dann so ein bisschen grünlich-grieselig ist. Und in dieser Nacht des 5. November 2007 sind dann die von dir beschriebenen, ich würde noch weitergehen und das eigentlich gerne Pyjama-Pants von Outer Space nennen, durch den Vorgarten gegangen. Das Problem, was wir hier haben, so wie die Geschichte beschrieben wird, ist, dass Jose dann zu seinem, also der Hund hat gebellt in der Nachbarschaft, deswegen ist er überhaupt aufmerksam geworden, ist dann da hingegangen und sah diese Wesen durch seinen Vorgarten laufen auf der Kamera oder auf dem Monitor der Kamera, ist dann durchs Haus gelaufen, hat seinen Bruder wach gemacht. Und das große Problem, was wir bis heute jetzt haben bei dieser Originalquelle, ist die Tatsache, dass das Überwachungssystem im Grunde genommen immer wieder die Aufnahmen überschrieben hat. Man konnte die nicht konservieren. Das heißt, diese Aufnahme, die er da hatte, wäre gelöscht worden und somit hat er dann eine Videokamera genommen, so wird das beschrieben, und hat dann das Bild der Überwachungskamera auf dem Monitor mit der Videokamera abgefilmt. Also wir sehen hier … Natürlich ein Zeichen für die tolle Qualität, die dann dabei rauskommt, ja. Genau, also es ist schon einmal eine Kopie. Diese ganzen Ereignisse nachgezeichnet, hat dann ein, ja, so schön, paranormaler Untersucher, ein paranormaler Detektiv namens Victor Camacho, der eigentlich eine Radiosendung macht, die da Los Desvelados, die Schlaflosen heißt. Die wird in den Vereinigten Staaten und in Mexiko ausgestrahlt und ist, ja, so eine paranormale Radiosendung, wo es um Urban Legends geht. Und der ist dann angesprochen worden von einem Fernsehsender in Fresno, Jundivicio, glaube ich, aber ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen. Also, ja, Vision 1, wie auch immer man das übersetzen möchte, ein spanischsprachiger Fernsehsender. Und da hatte dieser José das Video hingebracht und hat gesagt, bei mir ist was ganz Merkwürdiges passiert in meinem Vorgarten. Und dieser Fernsehsender hat sich dann an den Herrn Camacho gewandt, weil er eben bekannt war als Untersucher von paranormalen Dingen. Und das, was ich euch jetzt gerade beschrieben habe mit dem Bruder und so, ist dann entstanden, als der Herr Camacho Kontakt mit José aufgenommen hat und ihn befragt hat. Also, im Prinzip ist Camacho unsere Quelle für die ganze Geschichte, weil José selber, so wird es immer kolportiert, überhaupt nicht an die Öffentlichkeit gehen wollte. Also, der hat zwar dieses Tape dem Fernsehsender gebracht, aber darüber hinaus wollte er eigentlich gar nichts großartig mit der Sache zu tun haben. Und es wurde sogar immer beschrieben, als hätte er große Angst gehabt wegen dieser Ereignisse. Und das ist halt auch so ein Topos, den wir halt nur durch diesen Zeugen Camacho kennen. Und eigentlich auch etwas, das wir ganz oft bei solchen Erzählungen finden, dass derjenige, dem diese ganze Geschichte passiert ist, nicht als jemand dargestellt wird, der sich wichtig tun, wichtig machen will, der irgendwie an die Öffentlichkeit will, Aufmerksamkeit haben will, sondern dem ist einfach was Schreckliches passiert. Der kann sich das nicht erklären, der will Hilfe haben, aber keine Aufmerksamkeit und ansonsten lieber im Verborgenen bleiben. So wird es jetzt halt auch in diesem Fall erzählt von Camacho. Irgendwann hat sich dann aber wohl der José doch bei ihm gemeldet und wollte mal wissen, ob Camacho irgendwas dazu sagen kann zu diesem Video. Und was wir hier haben, das ist ein Musso, was wir hier schon mal ansprechen können, ist, dass wir keinerlei Zugang zur Primärquelle haben. Also der Person, also nicht nur ist ja schon das Original-Video in Anführungsstrichen eine Kopie, sondern wir haben auch die Original-Augenzeugen nicht als Quelle zur Verfügung. Und wenn man dann sich einliest und wir werden euch eine ganze Menge von, in dem Fall leider englischsprachigen Artikeln, weil das ist ein Thema, was eher im englischsprachigen Raum behandelt wird, erfährt man dann, dass José inzwischen auch bei einem Autounfall verstorben sein soll. Wir wissen auch bis heute nicht seinen Nachnamen. Und die Familie, die in dem Haus gewohnt hat, an dem dann die Kamera mit dem Vorgarten, also die Kamera, die den Vorgarten gefilmt hat, angebracht war, ist dann nach dem Tod von José umgezogen. Das heißt, wir haben irgendwie Herrn Camacho als Primärquelle, aber der ist eben schon ein Sekundärzeuge und zieht sich immer darauf zurück, dass er auch nicht, also immer nur reden durfte mit José, wenn er eben dessen Privatsphäre schützt. Und wir haben mit Camacho jemanden, der eigentlich schon von einer ganz bestimmten Grundannahme ausgeht. Und diese ganzen Geschichten, die hat er zum Beispiel auch bei einer MUFON-Konferenz 2008 erzählt. Da hat er einen Vortrag gehalten, hat dieses Video gezeigt und hat also alles erzählt, was er darüber wusste und über José. MUFON ist das Mutual UFO Network. Das heißt, da finden sich Leute zusammen, die UFO-Sichtungen untersuchen wollen und ich denke mal, nicht wenige von den Leuten, die da aktiv sind, gehen eher von der Annahme aus, dass es unerklärliche UFO-Sichtungen gibt und dass die vielleicht auch nicht selten was mit Aliens zu tun haben. Das heißt, so eine Geschichte wie von José, die der Camacho da erklärt und erzählt bei einer Konferenz, die wird da sicherlich auf fruchtbaren Boden fallen. Das YouTube-Video, was wir euch verlinken werden, das könnt ihr euch da natürlich anschauen. Also das Original-Video in Anführungsstrichen ist dann auch tatsächlich gar nicht das Original-Video, was von dem Univision-Fernsehsender ausgestrahlt worden ist, was ja dann auch schon wieder kopiert und dann über Ausstrahlung verfremdet worden wäre, sondern es ist das Video von jemandem, der diesen Vortrag von Herrn Camacho bei einer MUFON-Tagung gefilmt hat und dann quasi das Material, was Camacho bei dieser Konferenz über einen Beamer an die Wand geschmissen hat, abgefilmt hat. Das heißt, wir haben hier mindestens drei, vier, fünf Ebenen von Qualitätsverlust und das macht es natürlich auch, sagen wir mal, ein deutliches Stück weit schwieriger, wenn man denn nachforschen wollen würde, um was es sich denn genau handelt. Wir können ja mal ganz kurz, zunächst mal, du hast jetzt die MUFON schon ins Spiel gebracht, da ist natürlich völlig klar, dass eine der Hypothesen für den Fresno-Nightcrawler, so ist er dann genannt worden, muss ja auch einen schmissigen Namen haben und damit hat dann ja auch die Stadt Fresno gleich mal was Übersinniges bekommen, deswegen war es vielleicht auch wichtig und funktioniert gut, wenn der Städtename mit dabei ist. Aber was soll es denn sein? Und eine der Haupthypothesen, die man immer wieder findet oder die ich zumindest jetzt mal in meiner nicht natürlich repräsentativen Recherche gefunden habe, ist, dass es ein Alien oder Aliens sein sollte, außerirdische Lebewesen, weil sie eben so fremdartig wirken, vom Körperbau ganz anders sind. Und die Original-Fresno-Nightcrawlers sollen ungefähr so vier Fuß groß sein, also eher so 1,20 bis 1,40 Meter, das sind so die Größenangaben der eine. Der andere soll noch deutlich kleiner sein, eher so 90 Zentimeter, vielleicht so bis zu einem Meter groß. Es wird später, dann können wir nochmal berichten, auch von einem größeren Fresno-Nightcrawler besprochen, aber eben ohne erkennbaren Rumpf eigentlich. Dann ist natürlich die Frage, könnte es eine neue Spezies sein, eine neue Tierart, die wir noch nicht kennen. Und dann, je weiter man geht, kommt man natürlich dazu, dass es auch unter Umständen vielleicht ein Wild sein könnte, was sich komisch bewegt hat, komisch angestrahlt worden ist. Finde ich eine interessante Hypothese, passt aber ehrlich gesagt für mich nicht auf die Videos. Und natürlich sind wir dann schon relativ dabei, dass man dann sagt, ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein Fake. Also tatsächlich Hosen, die an einem Kabel durch die Gegend gezogen wurden. Und dann letztendlich noch, die Hypothese, es könnte ein Vogel sein, vielleicht sowas wie ein Kranich, der ungünstig angestrahlt wird. Das ist auch ganz interessant, weil die haben ja auch sehr lange Beine. Würde jetzt für mich nicht so gut passen. Oder am Ende dann nochmal die Hypothese, auch das habe ich gedacht, als ich mir die verschiedenen Aufnahmen angeschaut habe. Eine Person, die sehr, sehr große Hosen trägt, also quasi die Hosen bis oben zieht und dann auf Stelzen geht, was auch ein wenig diesen merkwürdigen Gang erklären könnte. Aber zum Ende der Folge können wir nochmal ein Video beschreiben, wo jemand eine für mich sehr, sehr plausible Erklärung gefunden hat. Ja, also der nächste Schritt in der ganzen Chronologie ist dann im Prinzip die Sendung Fact or Faked, wo Leute sich wirklich auf die Suche, also nicht wirklich, aber sie machen sich auf die Suche nach angeblich paranormalen Phänomenen, gucken sich irgendwelche Geschichten an und überlegen dann, ob es sich lohnt, das näher zu untersuchen. Und das waren übrigens auch dann die, die eben diesen Titel Fresno Nightcrawler geprägt haben und dann beschlossen haben, das Video ist so cool, da müssen wir doch mal der Sache auf den Grund gehen. Und dann haben die, so wie sie es immer machen, mit viel Zinnober versucht, dieses Video nachzustellen und haben also wirklich alle möglichen Dinge getestet, richtig experimentiert, ob das nun eine Puppe, also eine Puppe irgendwie, so eine Art Marionette gewesen ist oder ja tatsächlich irgendwelche Hosen oder was weiß ich, also sie haben versucht, das irgendwie nachzustellen und sind dann sehr medienwirksam gescheitert bei dem Versuch und haben dann beschlossen zu sagen, ja das ist so ungewöhnlich und das können wir nicht nachstellen, deswegen kann es eigentlich schlecht gefälscht sein. Und das hat dann 2010 wirklich dem Ganzen nochmal so ein bisschen Auftrieb gegeben. Es war relativ still wieder geworden, also das war vielleicht in der UFO-Community noch ein bisschen Thema gewesen, aber ansonsten relativ in Vergessenheit geraten und nach dieser Sendung Fact or Faked hat es dann so ein bisschen mehr Popularität erreicht und dann gab es auch ein paar andere Sichtungen. Also es gab zum Beispiel so ein YouTube-Video von einem Nutzer, der sonst sich mit Gaming beschäftigt und auch ein bisschen mit UFOs, der sich Dovo's Ex-Life Operia nennt und der hat gesagt, mir haben befreundete Leute wie ein Überwachungsvideo geschickt in der Nähe, also die leben halt im Yosemite National Park, das ist gar nicht so weit von Fresno entfernt übrigens und die haben dann eben auch so ein Video an diesen Typen geschickt und das sollte eben auch diesen Fresno Nightcrawler zeigen. Und es gab, du hast es vorhin schon angedeutet, eine Sichtung, die eigentlich nicht so ganz ins Muster passt, 2014 aus der Gegend von Carmel, Ohio, wo ein Ehepaar sagt, ihnen ist dann so ein sieben Fuß großes Alien einfach vor dem Auto über die Straße gerannt. Über zwei Meter groß, wenn man es umrechnen würde. Genau, also wesentlich größer als alles, was so vorher zu sehen war. Es war grau, eben sehr groß, hatte keine Arme und dann eben so rückwärts geknickte Knie. Also schon eine sehr ungewöhnliche Anatomie und sehr, sehr beunruhigend. Kann ich mir schon vorstellen, wenn die Geschichte denn stimmt, die die erzählt haben, wenn man sowas über die Straße laufen sieht, das ist dann so ein bisschen in den Kanon mit reingeraten, obwohl es halt etwas anders ausschaut als der Fresno Nightcrawler und ist dann selber bekannt geworden unter dem Namen Carmel Area Creature. Und dann gab es noch, und da hast du sicherlich noch, hast du noch gleich interessante Sachen zu erzählen, ein Video oder eben auch nicht, angeblich aus Polen, wo man den Fresno Nightcrawler sehen sollte. Genau, also es gibt da noch eine beschriebene, das ist auch ganz interessant, ein Reddit-Thread, wo ein Reddit-Nutzer, also diese Internetforen-Software, beschreibt, dass er 2015 eine Sichtung hätte. Das ist aber tatsächlich nur ein Augenzeugenbericht, der sich bei Reddit findet. Ist bei The Human Exceptions beschrieben. Welche verlinken könnt ihr euch dann durchlesen. Und dann 2017 Polen, also anderer Kontinent, das gleiche Wesen, das hat dann nochmal Aufsehen nach sich gezogen. Und da ist es ganz interessant, je nachdem, wo man dann anfängt zu recherchieren, findet man, dass in Polen ein Foto von einem angeblichen Fresno Nightcrawler geschossen worden sein soll. Man findet Videoaufnahmen aus Polen aus dem Jahr 2017, wo man dann so einen Fresno Nightcrawler erkennen kann, wenn man es denn möchte. Und es gibt Quellen, die sagen, ja, es wurde in Polen eine Sichtung beschrieben, von der es aber weder Fotos und Videos gibt. Und das ist natürlich etwas, wo man dann sagt, naja, was ist es denn jetzt? Also gibt es ein Video, gibt es ein Foto oder gibt es das gar nicht? Und hier merken wir natürlich schon hier, wie das Internet, ja, in diesem Bereich, in diesem, ich nenne es mal paranormalen Bereich, im kryptozoologischen, im kryptiden Bereich, dann als Quelle schwierig wird, wenn man dann nicht ordentlich Quellenrecherche betreibt. Also insofern verlinken wir euch auch dann das angebliche Video aus Polen. Ich war dann mal auf der Suche nach einem Foto aus Polen. Ich habe es nicht gefunden. Tatsächlich habe ich entweder dann gefunden, gar keine Medien aus der Sicherung in Polen oder eben dann das YouTube-Video. Wenn ihr das vielleicht findet, könnt ihr ja gerne kommentieren und es drunter posten. Ich habe es jetzt nicht gefunden, das Foto aus Polen. Habe jetzt aber auch, ehrlich gesagt, nicht super viel Zeit gehabt. Aber falls da jemand auch ein Foto findet, das würde mich ja nochmal interessieren. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass es wirklich ziemlich wenig Bilder, Videos, Hinweise gibt. Dafür, dass der eigentlich schon so lange überall rumkrabbelt, der Fresno Nightcrawler. Und eigentlich auch einen sehr, sehr schön klingenden Namen hat. Also ich finde, wenn du das irgendwo liest, das ist der Fresno Nightcrawler, da hast du gerade irgendwie alle möglichen Bilder im Kopf und möchtest irgendwie mehr darüber wissen. Und dann fängst du halt an zu suchen und siehst irgendwie diese paar verwackelten Videos von Anno Tuck. Und mehr war da nicht. Es gibt zwar immer mal wieder so ein paar YouTube-Schnipsel, wo du aber relativ schnell erkennst, dass da jemand versucht hat, das irgendwie nachzubauen. Und das hat dann auch nicht mehr allzu viel mit den Originalen zu tun. Und ich finde es halt auch spannend, dass die machen nie was. Das heißt also, in den Videos, die die Starksten da rumlaufen, irgendwie einmal entweder kurz ins Sichtfeld der Kamera rein oder einmal durchs Bild. Und das war's dann. Und es gibt auch nie irgendwelche Informationen, die das Ganze noch mit ein bisschen mehr Substanz versorgen würden. Das heißt also, du hast halt immer nur diese Bilder, diese Videos und das war's dann. Bevor ihr das kommentiert, natürlich wissen wir über den X-Men-Charakter Nightcrawler. Das ist uns völlig bewusst. Und da kommt ja unter Umständen dann auch der Name vielleicht her. Und der weckt natürlich dann, wenn man sich mit den X-Men beschäftigt, ganz andere Erwartungen. Also ein bläuliches Wesen mit besonderen Fähigkeiten. Das ist es ja eben gerade nicht beim Fresno Nightcrawler. Aber es gibt tatsächlich, Alexa, dann ja doch noch den Versuch, ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen dieser Pyjama-Hosen ranzugnageln. Zaghaft, ja. Zaghaft. Also eine Geschichte, die man dann versucht hat. Also die Aliens verhaften ja nicht so wirklich, wenn man sagt, ja gut, aber wenn's denn Aliens sind, warum tauchen die viermal auf und laufen einmal durch den Vorgarten und gehen dann wieder? Was machen die denn da? Und müsste man die nicht öfter sehen? Also das ist natürlich die Alien-Hypothese. Es gibt die Idee, aus dem Fresno Nightcrawler ja Wesenheiten oder ja, götterähnliche Figuren oder übersinnliche Figuren der US-amerikanischen Oberbewohner zu machen. Und es werden dann immer Fotos als Beleg dieser Hypothese gezeigt, wo man ja so Baum, was ist es, Alexa, Wurzeln? Naja, das sind umgekehrte Astgabeln. Also das sieht halt aus, als hättest du eine Astgabel irgendwie abgesägt und dann andersrum in den Boden gesteckt. Also zwei Beine unten im Boden und dann halt spitz zulaufend mit einem ganz kurzen oder eben keinem Oberkörper. Das hat schon so ein bisschen die Form von dem Fresno Nightcrawler, ist aber halt aus Holz. Und ich finde es eigentlich ganz charmant, diese Geschichte mit US-amerikanischen Natives und deren Sagengestalten zu verknüpfen, zumal ja dann davon die Rede ist, das seien ja übernatürliche Wesenheiten, die dafür sorgen, dass die Menschen ein besseres Verhältnis zur Natur haben. Also die schützen im Prinzip die Natur, die sorgen dafür, dass die Menschen damit besser umgehen, sind so irgendwie Mittler zwischen den Menschen und der Natur. Das ist ja irgendwie eine ganz schöne Vorstellung. Das große Problem an der ganzen Sache ist, dass es nicht den geringsten Beleg dafür gibt, dass diese Geschichte stimmt. Genau. Also es gibt gar keine Wesenheiten der US-amerikanischen Ureinwohner, die darauf passen würden, schon gar nicht in der Region rund um Kalifornien. Und diese Bilder, die gezeigt werden, da gibt es inzwischen die Vermutung, dass das ja Kunstinstallationen rund um einen Flughafen sein sollen. Da hat sich jemand mal auf die Suche gemacht, weil nämlich bei diesen Abbildungen immer nicht dabei geschrieben wird, wo die Fotos her sind. Das ist ja auch so ein klassisches Ding. Auch hier wieder haben wir nicht die Primärquelle. Also wenn man dann sagt, ja, das ist von kalifornischen Ureinwohnern, dann müsste man ja sagen können, die stehen da und da, fahrt hin und schaut sie euch an. Und da gibt es dann auch entsprechend die Menschen, die euch das erklären können. So ist es ja eben gerade nicht. Das heißt, hier wird auch so eine Art Sagen-Building betrieben, was sich aber nicht untermauern lässt mit Fakten. Nee, also das ist dann auch relativ schnell wieder im Sande verlaufen. Und wenn man sich das anschaut und diese Bilder sucht, dann wird da auch relativ schnell dazu gesagt, dass das Ganze schon debunkt ist. Und es gibt dann noch jetzt in letzter Zeit wieder mal die Überlegung, dieses Motiv mit aufzunehmen in so einer Art paranormalen Kanon. Es gibt die Sendung The Proof is Out There, jetzt musste ich kurz überlegen, vom History Channel. Und da werden halt auch solche Phänomene so nachgezeichnet. Und da hat dann jemand ein Video geschickt, das er selber zugespielt hat, bekommen hat oder aufgenommen hat oder wie auch immer, auf dem angeblich ein Fresno Nightcrawler zu sehen ist. Und diese Person erzählt dann dazu, dass im Zusammenhang mit dieser Sichtung ein totes Reh gefunden wurde, was offensichtlich nicht einem Berglöwen zum Opfer gefallen ist, sondern man kann sich nicht so ganz erklären, wie die Verletzungen zustande gekommen sind, warum das tot ist. Und da hat man dann so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine gruselige Komponente noch mit dazukommen soll zu diesem Fresno Nightcrawler-Motiv. Das ist jetzt relativ neu. Da müsste man halt mal gucken, wie sich die Geschichte jetzt weiterentwickelt, ob doch noch ein bisschen mehr Leute auf den Zug mit aufspringen und im Netz versuchen, diese Geschichte zu bereichern, vielleicht auch selber zu verfremden oder weiter zu spinnen. Man weiß es nicht. Also es ist ein bisschen wie beim Slenderman, dass wir da doch etwas haben, was gerade im Entstehen ist und von dem man nicht genau weiß, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Auf der anderen Seite ist es insofern nicht ganz so ergiebig wie der Slenderman, weil halt so viel Substanz drumherum fehlt einfach. Es gibt dann eine Folge von Brian Dunning von Skeptoid, wir wollen es erwähnen, der das auch beschreibt, dieses Phänomen. Und er geht so ein wenig der Frage nach, warum denn dann der Fresno Nightcrawler, wie er sagt, so beliebt inzwischen ist, obwohl es ja kaum Sichtungen gibt, obwohl es keine gruseligen Geschichten gibt. Und er sagt, das ist eine Hypothese, die stellen wir mal so im Raum. Ich habe es in der Form nicht gefunden, den Schluss ziehe ich nicht. Er zieht ihn, den könnt ihr vielleicht für euch ziehen, dass die LGBTQ-Plus-Szene sich dieses Nightcrawlers angenommen hat. Es gibt sehr, sehr viel Merchandise, das stimmt in der Tat. Also wenn man so auf Etsy guckt nach Nightcrawler oder andere Druckauftragsseiten, sage ich mal, wo man sich T-Shirts und andere Stoffprodukte bedrucken lassen kann, da findet man extrem viel zum Fresno Nightcrawler. Und tatsächlich ist er sehr, sehr häufig auch mit den Regenbogenfarben dann versehen eher so in einer niedlicher Kryptid, der keinem was tut-Szene. Wir werden euch die Folge von Brian Dunning verlinken. Und die Schlüsse, die er daraus zieht, warum das insbesondere jetzt in der LGBTQ-Plus-Szene sich großer Beliebtheit erfreut, das können wir nicht verifizieren. Denn wenn ihr sagt, ich gehöre zu dieser Community dazu und das ist mir auch schon untergekommen, da wären wir sehr froh, wenn ihr da mal kommentieren mögt zu dem Thema. Und da wir das aber so nicht verifizieren können, wollen wir diese Behauptung nur beschreiben. Und für uns lassen wir das mal offen, ob das stimmt oder nicht, weil wir da einfach nicht tief genug natürlich in der Szene involviert sind und uns auskennen. Wollen wir aber zumindest mal genannt haben. Alexa hat dann, Entschuldige, ja. Ja, ich würde gerne genau, um ein bisschen rauszuarbeiten, warum meine Arbeitshypothese besagt, dass der eben deswegen nicht so beliebt ist oder so verbreitet ist, weil die Hintergrundgeschichte fehlt. Da würde ich gerne zwei andere Beispiele dem gegenüber ansprechen. Das eine kennt jeder, der Huxilla kennt zur Genüge. Mein Steckenpferd, den Slenderman. Nochmal kurz nachzeichnen, wo man ja wirklich, wie du auch beschrieben hast, ganz genau sagen kann, wann und wo und warum der entstanden ist. Also wir erinnern uns, ein Fotowettbewerb im Something Awful Forum 2009. Ein Nutzer, Erik Knutzen, postet Bilder in schwarz-weiß von Kindern im Vordergrund, also völlig normale, bis auf das schwarz-weiß, relativ fröhliche Fotos und im Hintergrund eben diese unheimliche Slenderman-Gestalt, die auch nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Da muss man schon relativ genau hingucken, die dann wirklich so ein unheimliches Detail mitliefert. Und das ist so ein ganz klassisches Foto. Das Unheimliche ist ja sehr oft, oder der Horror ist ja sehr oft, der Einbruch des Unheimlichen in unseren Alltag. Das heißt also, das unheimliche Klopfen in der Wohnung, in der wir uns ansonsten immer sehr, sehr sicher fühlen. Oder eben die Gestalt im Wald, die wir nicht genau einordnen können, die wir nur aus den Augenwinkeln sehen, wenn wir eigentlich nur einen Spaziergang machen wollen und solche Dinge. Und genau das hat er wirklich sehr prägnant auf den Fotos festgehalten und hat dann sogar noch eine Bildunterschrift hinzugefügt, die besagt, We didn't want to go, we didn't want to kill them, but it's persistent silence and outstretched arms horrified and comforted us at the same time. Also wir wollten nicht gehen, wir wollten sie nicht umbringen, aber seine anhaltende Stille oder sein anhaltendes Schweigen und die ausgestreckten Arme schockierten und trösteten uns zur gleichen Zeit. Und dann eben steht da noch drunter, 1983, also quasi als Quelle für die Fotos, Fotograf unbekannt, vermutlich tot. Und ich meine, also das ist ja schon eine Geschichte per se. Also du hast diese Bilder, du hast diese Bildunterschrift und den Rest macht die Fantasie. Das heißt also, das hat die Leute dazu inspiriert, ihre ganz eigenen Geschichten zu spinnen und das Ganze irgendwie zu erweitern. Und zack, hast du einige Jahre später den Slenderman in allen Varianten mit irren Geschichten, die bis in die frühe Neuzeit und sogar bis ins späte Mittelalter zurückreichen, wo Leute Holzschnitte faken, auf denen der Slenderman angeblich zu sehen ist und solche Dinge und ganze Dokumentationen entstehen, die auf eben dieser Fiktion beruhen. Und zack, hast du eben diese tolle Geschichte. Ja, kann man ja eben doch mal gerne unsere Folgesichter mal so anhören, weil da wird es dann sehr, sehr deutlich. Und dann ja auch die schrecklichen Ereignisse, dass er diese völlig fiktive Figur dann für eine Straftat im Grunde genommen als Vorlage von, sagen wir mal zumindest, psychisch labilen jugendlichen Mädchen in den Vereinigten Staaten geführt hat. Aber das, ich glaube, der Punkt ist ja gemacht. Also da ist sofort in der Ausgangs- und Ursprungsgeschichte mehr Fleisch am Knochen, wie ich es ja so schön vorhin schon mal gesagt habe. Und dann hast du, das fand ich jetzt ganz, ganz spannend, noch mal ein Yokai rausgegruschelt. Ja, ein dämonisches Wesen, ja. Aus Japan. Und hattest mir erst mal eine Zusammenfassung im Video geschickt, das habe ich mir angeschaut. Und da habe ich gedacht, cool, das passt ja eigentlich zu der Folge Gruseliges Japan. Die war ja auch sehr beliebt. Und habe dann erst mal weiterrecherchiert und habe dann gesagt, na ja, was willst du verlinken? Neben dem YouTube-Video vielleicht auch noch mal einen Artikel. Und habe dann im deutschen Wikipedia-Artikel erfahren, dass der Yokai, also der Dämon, den du da rausgesucht hast, Kune Kune genannt, neu ist. Also den gibt es auch erst seit 2003. Und der ist gar keine alte Geschichte. Das ist der Witz an der Sache. Und er freut sich auch großer Beliebtheit und auch mehr. Und Alexa, wenn du da noch mal ganz kurz die Geschichte zusammenfasst, da wird dann auch deutlich, warum der, sage ich mal, mehr Impact in der Szene hat als der Fresno Nightcrawler. Ja, das ist genau wieder der Punkt, wie erzählt man die Geschichte und erzählt man überhaupt eine Geschichte? Also eben diese dämonische Gestalt, das Kune Kune, was so viel heißt wie entweder hin und her wackelnder Körper oder wackel, wackel oder wie auch immer. Im Englischen wird immer wiggle, wiggle oder wiggle body oder sowas geschrieben. Der ist tatsächlich 2003 erst entstanden. Da ist er in ein paar Foren aufgetaucht und dann hat sich das Ganze verselbstständigt. Die Geschichte dahinter handelt von zwei Brüdern, einem älteren Bruder, einem jüngeren Bruder, die auf dem Land ihre Großeltern besuchen. Und auf einmal sieht der ältere Bruder eine weiße Gestalt in einem Reisfeld, die im Wind hin und her wackelt. Das ist ja jetzt erst mal nichts Besonderes. Er denkt auch, das hat mit Vogelscheuchen zu tun. Dann hört aber der Wind auf und diese Gestalt weht trotzdem weiter hin und her. Also weiß hin und her wehen. Da haben wir dann wieder so eine kleine Parallel zum Fresno Nightcrawler, zu den weißen Hosen, die da auch hin und her flattern, während sie sich bewegen. Und diese Gestalt ist aber ungleich unheimlicher. Und der ältere Bruder versucht dann mit einem Fernglas näher zu erkennen, was das denn sein könnte. Und wird blass und blau im Gesicht und ganz still. Und der kleine Bruder fragt dann, was hast du denn gesehen? Und dann wird im Englischen immer so schön gesagt, it's better not to know. Also frag einfach nicht weiter, belass es dabei. Und dann versucht der Kleine aber dann trotzdem, das Fernglas sich zu schnappen und auch hinzugucken. Und genau in dem Augenblick, wo er versucht, diese Gestalt zu erkennen, kommt der Großvater und schlägt ihm das Fernglas aus der Hand und nimmt die beiden mit ins Haus. Und kurz danach fängt der ältere Bruder, der ja die Gestalt versucht hat zu erkennen, auch an genau dieses Verhalten zu zeigen. Also er wackelt hin und her, hat Krämpfe und Zuckungen und lacht hysterisch aus heiterem Himmel. Und es steht zu befürchten, dass er wahnsinnig geworden ist. Und er wird dann auch auf dem Land belassen. Und der kleine Bruder kehrt in die Stadt zurück. Und dann müssen sie sich halt trennen. Und zum Schluss versucht er doch noch mit dem Fernglas beim Wegfahren den Bruder noch mal zu erkennen. Und der sieht dann so aus, als würde er hysterisch lachen, aber auch gleichzeitig weinen. Und der Kleine ist dann fürchterlich traurig, weil er weiß, sein Bruder wird nie wieder der Alte sein. Das heißt also, die Moral von der Geschichte, und das ist ja das Schöne bei diesen japanischen Urban Legends und Creepypastas, da werden immer Verhaltensmaßnahmen und Moral mitgeliefert. Wenn du irgendwo diese weiße Gestalt in einem Reisfeld hin und her wackeln siehst, du darfst auf keinen Fall versuchen, sie zu erkennen, denn dann wirst du wahnsinnig. Das heißt also, je näher du versuchst, dran zu gehen oder eben mit dem Fernglas zu gucken oder was auch immer, desto schlimmer wird das Ganze. Und das ist ja eine moderne Weiterentwicklung, kann man sagen. Also diese weißen Gestalten in den Reisfeldern auf dem Land, die gibt es, in Anführungsstrichen, das sind nämlich tatsächlich Vogelscheuchen, traditionelle Art, die meist in weiß gekleidet sind. Und natürlich, wenn der Wind weht, dann flattern die auch ein bisschen und bewegen sich. Der Kunikune soll das dann aber auch machen, wenn Windstille ist, das ist die Unterscheidung. Und da gibt es schon längere Zeit natürlich Geschichten über diese Vogelscheuchen, die des Nachtens, des Nächten lebendig werden. Auch denen sollte man sich nicht jähren. Das wird hier natürlich weiterentwickelt und dann mit dem Wahnsinn des Bruders nochmal unterfüttert, dem beginnenden Wahnsinn, weil er sich eben nicht daran hält, sich fernzuhalten von diesen Wesen. Und damit hast du eine prima Geschichte, die sehr, sehr gruselig ist, wie viele dieser japanischen Modernen sagen oder auch Alten sagen. Und damit verhaftet das natürlich sofort viel besser und wird dann verarbeitet in vielen weiteren Geschichten und kriegt mehr Drive, sage ich mal, als der Fresco Nightcrawler, der halt nett ist, aber etwas unbeholfen, entweder durch den Yosemite Park oder durch den Vorgarten in Fresno starkst. Genau, und bei diesem Kune Kune hat man sogar und auch hier in Europa historische Vorbilder. Wir haben nämlich auch sowas wie Korndämonen, also so Schreckgestalten, die in Kornfeldern wohnen und vor allen Dingen dazu dienen, um Kinder abzuschrecken und davon abzuhalten, in die Felder zu rennen. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob kulturgeschichtlich das wirklich noch auf die alten Feldgötter zurückgeht, diese Vorstellung, die dann irgendwann dämonisiert wurden. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, da näher hinzuschauen. Aber eben diese Korndämonen, da gibt es ganz unterschiedliche, zum Beispiel den Bilvis, nur ein Beispiel zu nennen. Die haben wir eben auch hier und die können auch sehr, sehr viel Unheil anrichten. Das heißt also, man hat, wenn man dann bei solchen ja relativ neuen, erfundenen Geschichten ein bisschen tiefer gräbt, sogar Motive, die älter sind und wo man sich wirklich abarbeiten kann und das macht das Ganze natürlich so spannend. Ja, damit sind wir im Grunde genommen am Ende. Wir werden diesen Kryptiden natürlich mal weiter im Auge behalten. Mal schauen, wie sich der Fresno Nightcrawler weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren und ob es da vielleicht nochmal neue Entwicklungen in dem Bereich gibt. Witzig ist es, wie gesagt, wir werden euch eine ganze Reihe Quellen und auch YouTube-Videos verlinken, wo ihr dann mal selber abtauchen könnt und mal hineinforschen könnt. Und mit dem Kunikune haben wir dann nochmal eine schöne, ja, Neusage aus Japan euch gegeben. Wir wissen ja, dass die japanische Gruselgeschichten-Folge bei euch sehr, sehr gut angekommen ist seinerzeit. Deswegen, Alexa, vielen Dank, dass du das nochmal rausgezogen hast und die Parallele da gefunden hast. So ganz toll, das hat mir gut gefallen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch aufzuklären, was es denn mit der Schlange im Flugzeug, Snake on a plane on TikTok oder so, die es zu tun hat. Die Auflösung Also wenn die Geschichte von der Schlange im Flugzeug tatsächlich nur auf dieses eine TikTok-Video zurückgehen würde, dann wäre es vielleicht wirklich ein bisschen dürftig. Aber ich kann euch verkünden, zu meinem eigenen großen Erschrecken, dass die Geschichte tatsächlich passiert ist vor gar nicht allzu langer Zeit. Das Video ist gepostet worden im Februar 2022 und hat sich zugetragen in einer Maschine von Air Asia auf einem Flug innerhalb von Malaysia, der eigentlich von Kuala Lumpur nach Tawau gehen sollte. Und dieser Flug, bei dem man dann tatsächlich in dieser Lampe die Schlange entdeckt hat, musste dann natürlich umgeleitet werden nach Kuching, wo er dann wahrscheinlich zwischengelandet ist, relativ schnell. Und dann ging natürlich das große Aufräumen los. Und das hat dann hinterher vom Sicherheitsoffizier von Air Asia auch ein Statement gegeben, wo sie eben das nochmal erklärt haben, dass sie haben, dass sobald sie halt von diesem Vorkommnis erfahren haben, sie den Flug umgeleitet haben. und dann wurde das Flugzeug geräumt und wie sie beschreiben, wurden dann halt angemessene Maßnahmen ergriffen. Sprich, die haben die Schlange entfernt. Ich weiß nicht, was sie mit ihr gemacht haben. Aber zu keinem Zeitpunkt waren die Fluggäste oder die Crew irgendwie in Gefahr. Also es ist dann doch ein bisschen anders als in dem Film von 2006 von und mit Samuel L. Jackson. Ich habe mir nochmal den Trailer angeguckt vor der Sendung. Ich habe den Film selber nicht gesehen, aber allein der Trailer sah schon sehr, sehr schräg aus. Ihr könnt ja mal kommentieren, wenn ihr den Film gesehen habt und wenn ihr den toll fandet. Warum ihr den toll fandet? Vielleicht gucke ich ihn mir irgendwann noch an. Aber so die Vorstellung von Schlangen in Flugzeugen finde ich jetzt per se nicht so toll. Ich glaube, ich habe den mal halb gesehen und habe den dann nicht zu Ende geguckt, weil ich den dann doch sehr abgefahren fand, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die Geschichte stimmt. Ich hätte jetzt auf eine Fake-Geschichte getippt. Das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Muss ich mir nachher mal durchlesen. Überleg es mir jetzt dreimal, ob ich das nächste Mal in dein Flugzeug steige. Naja. Aber hier wird das ja wahrscheinlich, hier haben wir dann die Blindschleiche im Flugzeug oder so. So häufig passiert das ja dann auch nicht. Ja, damit sind wir am Ende der 297. Episode. Vielen Dank an euch natürlich wieder fürs Zuhören. Vielen Dank auch an all diejenigen, die, so habe ich zumindest den Eindruck, schon gesagt haben, cool, Huxilla unterstützen. Das machen wir jetzt nach dem Aufruf in der letzten Episode. Ich habe den Eindruck, dass da der ein oder andere neue Dauerauftrag hinzugekommen ist schon in den vergangenen Tagen. Das hilft natürlich mit dem Masterplan 2023. Oh Gott, oh Gott, jetzt fange ich an die Politiker zu reden. Mit dem Hoaxmasterplan. Mit dem Hoaxmasterplan, also mit der Idee aus Huxilla einen Vollzeitjob zu machen. Und ich stelle gerade wieder auch fest, im Moment gibt es ein ganz bisschen mehr Luft zum Atmen und schon kamen wir wieder mehr Zeit, uns in die Themen reinzufräsen. So wie jetzt hier bei dem Fresno Nightcrawler. Das ist sehr, sehr schön, sich mal wieder ein bisschen intensiver auf ein Thema vorzubereiten. Und wir haben ja in diesem Monat auch zwei Folgen, die wir machen wollen. Ja, also es bleibt spannend. Vielen Dank, wie gesagt, an alle, die uns unterstützen. Vielen Dank an die vielen Themenvorschläge, die wir bekommen. An die Kommentare, an Lobhudeleien, an die Kritiker, die zumindest, wenn sie denn ernst gemeint ist und nicht zerstörend ist, Kritik üben, die wir uns natürlich auch immer zu Herzen nehmen. Und wir hören uns bald wieder in diesem Wiedergabegerät bei euch in den Ohren sozusagen. Und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.huxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcastseiten, die uns führen. und wenn ihr mögt, dann ist esott, wenn ihr mögt, dann ist es ein bisschen gut, das ganze Mal. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch noch ein bisschen ein bisschen für das So will ich es jetzt weil wir jetzt rausnehmen. Vielen Dank.